Hallo Leute und seht ihr das? Geil! Allo! 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 Habt ihr was gesehen? Wisst ihr was das überhaupt ist? Das ist typisch mein Gott. Mein Lack Junge, mein Lack, es ändert sich wieder alles. Alles ändert sich wieder. Der Lack, der kommt zurück. In diesem Gang. Mit ein... Oh, wir fangen an mit dem... Die ersten zwei Dias bringen wir einfach... Hallo! Die Hirschputzhacke? Hä? Lack? Allo! Da sind sie rausgeflogen. Oh, geil! 27? Das scheint mir jetzt nicht so... Ne, das scheint mir jetzt einfach nicht so... Geschmackhaft. Also da... Ich hab nur einmal zwei gefunden. Also das muss doch besser werden. Also das ist ja jetzt nicht so Geschmackhaft. Ich find jetzt nicht so... Also Leute, wenn ihr jetzt mein Gesicht ausdrückziehen könntet, Alter... Ich find jetzt nicht so... Oh, ich... Ich find jetzt... Äh... Ich find jetzt... Du bist jetzt drin... Ich... Verrückt. Leute, erstmal das Ganze jetzt wieder. Richtig... So... Ein bisschen mehr Platz für mich... Habe ich... Jetzt gucken wir jetzt mal... Ein Freund... Freieeeeeen! Freieeeeeeeeenn! Ich seh nix! Ich mag das irgendwie nicht, wenn man die immer hier so allein lässt und bei mir sieht man gar nix, was ich mache! das nötigste das nötigste weil wir sie machen gar nichts das Schwein kommt nicht die essen mich nicht so mit dem Schwein na wirklich, was freut ich denn das ich wollte jetzt mal wieder essen wir lernen uns jetzt mal kurz nachnehmen nicht ganz wieder wir machen jetzt einfach weiter äh 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 geht ihr mal einen sprint? Hallo, ich will auch mal geradeln. Erstmal so, gleich Schwein. Erstmal so. Alles klar, alles. Maurice wird geweckt. Maurice wird absolut geweckt. Und das Schwein steht eigentlich noch da. Absolut gedreckt. Absolut gedreckt. Noch so ein Scheiß hier. Ne Spinne! Und ne Kudel, alter Spider. Und ne Kudel, alter Spider. Und ne Kudel, alter Spider. So abschreien. Der fickt dich. Hallo, Junge. Hör doch mal auf. Warum will die mir hier auf die Eier gehen? Ja, dann lass doch... Deine Frust woanders los, Alter, Junge. Mein Schwein ist jetzt auch weg. Ah, nein, da... Da hat er noch. Den hab ich nie eingemassen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Alter, Schrei komm doch jetzt! Jetzt lass es mal, Junge. Hi. Ja, du kannst gut drehen, ey. Wieso, unser Laigernwälder, ich fand hier noch unser Attac-Attac-Attac-Attac-Attac-Attac-Attac-Attac- Komm mal her, Lucien, bitte. Ich komme jetzt nicht her. Ja, jetzt ist es gelten. Und Spinne, komm bitte her. Oh, Junge. Und Kweepa. Oh, weiter, fuhre dir heraus. Lass es bitte, lass es bitte, okay? Ja, sing, komm. Lucien, ich sag, du sollst kommen. Was machst du bitte um das Kind? Ich bin schon da. Nee, ja, hilf mir, los. Ja, Spider-Till. Ich mache das Skelett. Ja, Junge, was willst du denn? Ja, da, das hier. Ich sag, das ganze Zeit das Skelett, aber nein. So behindert ist man. Junge. Ich nehme nie wieder mit dir auf. Hey, ich sag, du sollst kommen, kommen, kommen. Was machst du jetzt? Ich kann nicht so schnell kommen. Dort ist wieder ein Skelett. Kannst du nichts kennen, Junge? Wer hat denn hier auch noch eine Eisenrüstung und so eine OP schwer? Nee, ja, das ist nicht so viel. Oh, da ist auch noch was drin. Komm hier rein. Lucien, komm bitte rein. Ich sag, komm bitte rein. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich tot. Nein, du nicht kommst. Was ist denn das Schlimme? Ich tot bin. Ja, genau. Ist das Schwein wenigstens drin? Ja. Eins, zwei, drei. Ist das drei groß oder was anderes? Ja, alles groß. Ja, wenn du dich mal hier um die Farm kümmerst, das ist jetzt meine Farm. Du nix mehr abbauen kannst. Ja, gut. Wir machen eine. Ja, genau, explodiert halt die ganze Zeit auch nicht. Der heilige Epka. Der heilige. Der heilige. Der heilige. Das sind sogar ein Schwein, das ist heilig, Alter. Der heilige. Pack ihn. Oh, Lucien, pack ihn doch rein im Gehirn. Hallo, du sagst, es ist nicht mehr meine Farm, also. Ich meinst, wir essen es Farm. Hallo, 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 hallo. Mein. Ach, der hat richtig gut das Schwein. Der heilige Epka muss. Komm her. Epka. Epka. Oh, komm. Kannst du das Schwein her bitte bei mir rein tun? Ich weiß, ich bin Schwein. Epka, komm her. Epka, komm her. Komm her, komm her jetzt mal, okay? Wo packst du ihn hin? Ich bin hier. Epka, Ep, 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 der Gare. Hallo. Jetzt. Bleib früher, okay? Hier wurde mal was mit Fiebern weggeschwimmen. Das fand ich auch so nett, ey. Okay, dann spende ich dir die mal. Ich muss spenden. Hallo. Jetzt, jetzt, jetzt kriege ich das. Ich nehme mir dann aber ein Schwein. Wenn ich eine Leine habe. Ja, hallo. Dann behalte ich das gleich, Alter. Habe ich nicht nötig, wenn die hier Schwein auftreten. Hallo, ich will hier hoch. Sie werden nur von dir nette Nuss machen. Mach ich ja. Ich nervte mich nicht so weit. Epka, ey. Ne, guck mal, wir haben es nötig. Epka, komm mal. Einfach hier alle so rumfahren. Epka, hier. Epka, jetzt kann ich. Wart mal. Epka, lass ich nicht mehr einfluss werden. Ja, ich brenne. Epka, helf mir doch du. Ich bin doch da. Epka? Ich bin es. Jetzt. Ich habe Karotte. Ach du Scheiße. Soll ich halt von mir hier lieben? Ja, nein, 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 nein. Ja, geil. Ha? Los, komm, komm, komm. Mach. Hier habe ich. Ja, geil, geil, geil. Ist er runter? Ui, 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 ist er. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ich gebe ihm mal Essen. HÄSEN! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Alter, geil, 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 geil. Darf ich wieder bei deiner Essensform auch mal wieder was haben davon? Aber wir brauchen Weizen. Erkönnt nicht von dir Wasser immer für rote Beete. Ja. Ja, ja, ja. Boden. Hier. Ruhig gerade im Winn. Hier, nein, wir machen hier nochmal Weizen für die Tiere. Damit die... Jetzt. Und so mache ich mal Wasser rein. Mehr Wasser. Ja. Ein Huhn! 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 Jetzt kam hier voll viele Kühe einfach. Lever! Jetzt brauchen wir noch eins. Du sollst nicht verkehlen. Was? Ja, immer mit deinem Fuß da. Was? Mach mal dein Fuß weg. Ja. Lieber noch ein... Ja, mach ihn noch ein. Sollte in die Mitte, wo noch nicht alles gerade ist. Nein, ich mache hier nochmal Weizen. Wollen wir auch rote Beete machen? Ja, rote Beete bringt nichts. Macht nur halbe Hungerkeule. Ja, okay, aber lieber mehr anpflanzen. Voll viel... Ja, aber das andere bringt, glaube ich, eine und eine halbe. Die Suppe davon. Ja, das ist die rote Suppe denn halt. Ja, aber die... Die ist auch so... ...beendet. Ei, Hauptsache für irgendwas. Ich versuche mir mal irgendwie eine Leine zu machen. Kann man sich hier einen Eimer machen? Okay. Ja, genau. Ist halt easy, eine Leine zu machen. Ja. Nein, du bist ja so hart, easy. Ja, geil. Leine ist easy. Wie hat es gedacht? Ey, Lucien, äh, Lucien, lieber zu viel essen haben als zu wenig. Junge, ich habe gleich eine Leine. Erzähl mal nicht an sowas. Ich habe gleich eine Leine und dann auch. Gönne ich mir eine Ecke? Ecke nicht. Von meinem Gehirn. Ja. Oder, oder zu meinem. Ja, lieber Sohn. Nee, da kriegst du die nicht aus. Ja, zwei Edgars, Laura. Geil, geil. Aber nicht aus meinem Gehege. Bisschen, aber nicht aus meinem Gehege. Ich mach das da unten im Zeugertuch. Dann. Aber nicht aus meinem Gehege, ne. Das wird schlecht für Edgars. Ach, scheiße. Ne, mit der Weihschung. Dann, was ich gerade nicht brauche. Kommt rein. Gut. Gut. Immer mehr essen haben, als zu wenig ist es für mich. Luciana stimmt doch, aber bei Minecraft lieber mehr essen, ne? Als zu wenig. Ich finde, das ist immer so bei Minecraft. Deswegen baue ich jetzt richtig viel an hier einfach. Oh, warte mal. Also. Guck, er hat einen Ausschnitt wieder fertig. Hier ist Edgar. Und hier ist Edgar. Und hier ist Claudia. Hier ist Claudia. Was ist da denn lustig? Was ist da? Das ist jung, dass Claudia ein Schwein heißt bei dir, ist nicht witzig. Leute, das ist der Sitze, was er da labert. Das ist traurig. Das ist traurig. Es kann das Edgarschen heißen. Die Babys, und die Babys, das ist Edgarschen. Und wer sind die Babys? Ja, Edgar Junior. Edgar Junior. Ey, wer hat diese... Willst du weiter labern oder so? Ne, nicht mit dir. Ich hab' ich doch eh. Schweine! 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 Oh, da ist hier Schweine! Wo seid ihr? Wo seid ihr geglaubt? Ich hab' gehofft, dass er das fragt. Zeigt ihr euch jetzt mal? Ich wär' ich nicht... Wahrscheinlich nicht, oder? Ne. Ne, hab' ich auch nicht. Das findet Lucien ganz anhörtlich. Ja, ja, hat gerecht. Wir beenden auch gleich dann mal das Video. Frau, wie es wieder vergisst, wenn man den Weizenfraub stellen kann. Guck mal, hier auch Essenfraub, hier zwei. Aber die Weizenfraub sind eigentlich nicht mehr so gut. Und die Weizenfraub? Leute, wir werden... Was machen wir mit dem Zuckerrohr? Einfach weiter wachsen lassen. Mit dem Zuckerrohr? Ja, er kann Zucker in der Welt machen. Hä, wie weit kann was hochgehen? Äh, ja. Wie es grad ist. Weiter nicht. Hey, wieso nicht vier? Ach, lass ich einfach da. Sieht schon. Hey, du, dann wird's mir noch fünf, oder was? Ja. Hey, wieso nicht vier? Überfragt. Überfragt's. Ich sehe einen Edgar, Leute. Ich bin gezwungen. Zwei? Was? Achso, ich hab' ja... Das hier keine zwei. Das gibt's, Leute. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, ein Edgar, ein Edgar kommt jetzt. Oh, wir haben gehört. Sehr viele. Und Edgar kommt. Haro. 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 Edgar, 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 oh, oh. Ich mach' unten jetzt ne Farm. Kannste aber wissen. Mach' du ne Essensfarm, Haro? Ja. Ja. Und? Nein! Ich hab' Edgar verloren! Ich hab' Edgar verloren! Ich hab' Edgar verloren! Ich hab' Edgar verloren! Leute, ich sag' an dieser Stelle, tschüss bis zum nächsten Mal und tschau tschau! Ich hab' Edgar gehört. Ich hab' eine neue Saukлуge-Tschau. Ja, das wäre toll bin!